Das war nur Alkohol, aber der... der nichts gebracht hat. Scheiße, sorry. Ah, servus Schoko und servus Six, willkommen im Stream. Ich hab keine Ahnung, wie man den Idioten besiegen da. Noch nichts Näheres, das geht dich nichts an. Ich hab da noch keine Zeit gehabt. Ah, so ein Drecksding, Asho. Das ist jetzt viel zu heiß für so einen Kampf auch noch. Ich weiß nicht, wie ich den hinmachen kann. Und Feuer hat überhaupt nicht reagiert. Auf die magische Falle bringt im Endeffekt auch keinen Schaden. Am sinnvollsten war noch ihm... Halt die magische Falle macht ja keinen Schaden, das weiß ich ja. Das, was einem Schaden macht, ist... Entweder Feuerschaden... Ja, wir probieren es jetzt einmal mit Feuerschaden raus, die ganze Zeit. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Sie reihe nicht der Schaden. Eindricken. Eindricken in den Zerstörungen. Jetzt bin ich bereit. Verdammt. Stimmt. Weil sie macht ja, glaube ich, überhaupt keinen Schaden auf das Viech. Nein, verbraucht sie an dich. Aber jetzt fangen die... Ich weiß nicht, ob es ins Brennen anfängt oder nicht. Ich glaube, Schuttschild wird am meisten bringen, wenn ich sie zwischendurch raufhaufe. So, weil der dabei liest das Schuttschild nach oben. Drauf Carsten wieder eines. Ich glaube, das geht am besten so. Scheiße. Jetzt hat er mich das erste Mal trofen. Nein. So. Schuttschild wieder drauf. Schuttschild ist nach oben. Gut so. Sorry, dass ich jetzt den Chat nicht lese, liebe Leute. Aber ich muss mich so konzentrieren, was ich drück. So, so läuft es, glaube ich, gerade am besten. Komm, komm, komm. Geschafft. Oh, heftig. So, F5 drücken. Sobald ich kann. Gespeichert. Erledigt. So, liebe Leute, jetzt kann ich wieder ganz kurz reinschauen. Heute habe ich endlich meine Prüfungsergebnisse bekommen. Ich hoffe, sie waren positiv. Servus, Six noch einmal. Ich bin zurück vom Eis essen. Hatte Banane-Eis mit Schoko-Raspern. Wow, heftig. Geil. Wir sind von uns am Abkühlen. Wo sind denn die ganzen Leute hin? Ich gehe... Es waren... Es ist irgendein Hitbox-Bug zur Zeit. Oder war zumindest einer. Halt vorher war ich auch über 50. Keine Ahnung, wo jetzt das wieder ist oder nicht. Oder... Ist auch nicht so schlimm. Es sind aber auch mehr in der Liste. Weil das passt sowieso irgendwas nicht. Und es ist nicht so schlimm. So, wir müssen jetzt bekundet die Ruine, um Schwalben-Symbole zu finden. So, das erste Mal, was wir machen, ist hier entzünden. Wir müssen ein bisschen Licht haben. Dann machen wir das Gleiche auch noch einmal. Passt. So. Da haben wir irgendeine Truhe. Ja, wir werden einmal einfach... Da wird sicher da drüben auch noch reinstehen irgendwo. Doch nicht. Aber es steht eine Kiste. Nur wo finden wir... Ah, warte mal. Da geht es sicher hoch. Und weiter dann die Höhle entlang. Wie meinst du, wie ist es gegangen, Six? Nein, das weiß ich noch nicht. Servus, Marci. Willkommen im Stream. So, wir gehen da nicht hinunter. Wir gehen gleich weiter in Richtung Punkt. Es ist sinnvoller und sicherer. Tut mir leid. Ich bin einfach zu schnell. Manchmal vergesse ich, dass wir uns kaum kennen. Da haben wir wieder ein Symbol. Doch, das ist gar nicht schade. Wir müssen geschehen. Würde vielleicht noch ein Golem überraschen? Nein, bitte kein Golem noch einmal. Weil Golems ist ja jetzt nicht so das Problem. Wir hätten das. Jo, Empirum macht das. Lass das schmecken. Super. Wir hätten ganz einfach rüber gehen können. Äh, Junge, wo muss ich hin? Wilde Jagd. Definitiv. Wir haben die Wächter des Magiers zerstört. Zum Blau, dann sind sie gegen Wachstum. Scheiße. Hattest du das je getan? Äh, darf ich das untersuchen, da? Wieso geht das denn nicht? Wurscht, dann gehen wir weiter. Wenn das nicht hinwohnen will. So, E5 drücken. Äh, ich kann jetzt nicht speichern. Okay. Ah, ich kann nicht speichern, weil ich im Fokus drinnen war. Deswegen habe ich nicht speichern können. So. Hüpfen da mal rauf. Boah, das ist jetzt kräftig. Nein, ich hoffe jetzt nicht, dass das der Wilde Jagd von Spad. Der Navigator, oder? Nein, die haben uns bemerkt. Oh, oh. Ja, genau. Friede, die ganze Höhlein. Das ist dir recht. Was ist das? Die weiße Kälte. Ein Magier der wilden Jagd hat sie beschworen. Kannst du die Risse verschließen, durch die sie kommt? So weit weg. Wir müssen näher ran. Ich schirme unsere Demetia Kress 2ke ab. Bleib dicht bei mir. So. Ja, Rihanna neu. Ja, mach das einfach. Fertig. Bleib bei dir. Ja, ja. Bleib schon bei dir. Du schließest die Risse bitte. Wieso gehst du nicht zum ersten, der da links war? Wäre ja näher gewesen. Dumme Bitch. Das gibt's nicht. Wie dumm kann man sein? Den einen, den wir da gehabt hätten, hätte es gleich hingehen können. Also, sie muss immer so weit davor stehen. Oh mein Gott. Soll ich? Ich mach's. Aber gib mir Deckung. Ja. Wieso kann ich nicht? Wieso greift er nicht? Wieso hat er kein Schwert in der Hand? So. Endlich. Lass das Schwert heraußen. Er zieht kein Schwert. Ja, wir dürfen dann... Ich darf da nicht raus. Komm, schließ doch den dummen Rister. Ja, wenn ich da noch einmal rausgehe, kann ich's vergessen. Lass das scheiß Schwert heraußen. Ach, langsam glaube ich, dass wir es schaffen können. Ja, genau. Wir haben noch nicht einmal einen gemacht. Halt, einen haben wir jetzt gerade einmal geschafft. Ich bin halber Thien. Ich kann mich gerade nicht wirklich regenerieren mehr. Nein, sagt mir nix, da geht dich nix an. Das ist das dumme, ist das... Jedes Mal hinaus. Ja, jetzt bin ich gleich hin. Wieso kann der nicht in der Scheiß... Der hilft nur, wenn ich weiter drücke, automatisch raus. Wie soll denn das funktionieren? Basti, du hast das gut gehabt. Herzlich willkommen im Stream. Nein, ich werde überhaupt nicht böse. Aber das nervt dich einfach nur. Das ist so ein enger Bereich. Dann tust du dreimal drücken zum Angreifen. Und das war's, oder wie? Halt, will er mich verarschen? Jetzt kann ich wieder komplett hinlaufen, oder wie? So, F5 drücken noch rechtzeitig. Viel gespeichert, perfekt. Ich weiß nicht, warum man am Anfang keine Waffe gezogen gehabt hat. Das ist das nächste. Ich glaube, es wird magischer Fallen zwischendurch immer, Carsten, bei ihr. So, sieg's, bis später. Tschüü. Also, das kann ich überspringen. Das haben wir ja alles gerade gehört schon einmal. Das war nicht gut. Okay, es geht doch noch weiter. Magische Farle ausrüsten. Ja komm, jetzt schließt den ersten Ries. So, jetzt muss ich nur schauen, welche Waffe er zieht. Silberschwert, okay. Das sind die Monster, das muss dem Silberschwert passen. So, wenn die ersten Monster kommen, mache ich da vorne nachher die Falle. So, komm her. Nein, da raus. Ich mache jetzt den Hardcore-Angriff. Dass ich eher mehr Schaden mache und dafür weniger mich bewege. Das ist, glaube ich, sinnvoller. So, kurz mal heilen. So, komm. Bleib herinnen, bleib herinnen. Bleib da herinnen. So schnell mit einem Schutzschild draufkasten. So, den nächsten haben wir auch. Perfekt. Ja, wir haben erst eins, ein Ries von drei. Liebe Leute, ich kann gerade nicht Jagdkiller, ich habe resettet, weil es jetzt einmal im Monat ein Reset geben wird. Und die Top 10 bekommen nachher ein Steamkey verlost. So, kurz wieder auf die magische Falle. Lass das Silberschwert heraußen ruhig. Lass es heraußen. So, jetzt müssen wir da wieder warten. Jetzt mache ich mehr mit Hardcore-Angriffen, dass ich mich einfach weniger bewege. So, wie ich es vorher gesagt habe. So, komm da her. Bleib da. Nein, jetzt hüpft er raus.